Also alle Formeln, die ihr jemals brauchen werdet bezüglich der Elastizität und wir leiten sie aus diesem einen einzigen Satz, den wir im Kopf haben, aus diesem einen einzigen Merksatz her. Was war die Elastizität, wenn die eine Variable, in unserem Beispiel der Preis, sich um ein Prozent ändert? Um wie viel Prozent ändert sich die andere? Also wie viel mal stärker ist die Änderung der anderen Variablen? Und damit haben wir relative prozentuale Änderungen. Relative prozentuale Änderungen, sprich, machen wir es an dem Beispiel der Preiselastizität der Nachfrage, wenn auf eine prozentuale Änderung des Preises, ich schreibe jetzt mal Änderung als Großdelta, prozentuale Änderung P des Preises, wie viel mal höher ist die prozentuale Änderung wie der Großdelta der nachgefragten Menge, nennen wir sie Q? Also aus diesem einfachen Satz, wenn sich das eine um ein Prozent, um wie viel Prozent das andere, beziehungsweise wie viel höher ist die prozentuale Änderung der anderen Variablen, der reagierenden Variablen, dann könnte ich das ja umschreiben, was ist denn die prozentuale Änderung? Und damit kommen wir zu dem, was eben gefragt wurde, wie das bei der Tabaksteuer eigentlich war. Sagen wir mal, man hat jetzt hier den Preis von 5 Euro auf 5,30 Euro durch die Steuer gebracht. Und dadurch ist die Menge von, weiß ich nicht, 20 Millionen Zigarettenpäckchen im Monat auf 19,5 Millionen gegangen. Was ist denn die prozentuale Änderung hier oben? Was ist denn das, prozentuale Änderung? Wir könnten das ja umschreiben, was ist die prozentuale Änderung? Es ist einfach nur die neue Menge, nur noch 19,5 Millionen Päckchen, minus der alten Menge, Q alt, das ist die Änderung der Menge, ausgehend von der alten Menge, von Q alt. Also eine halbe Million weniger, aber relativ zu 19,5 Millionen oder so, in dem Beispiel. Was ist die relative Änderung des Preises? Das müssen wir auch noch mit umschreiben, also insgesamt im Nenner. Die prozentuale Änderung des Preises ist der alte Preis, Quatsch, der neue Preis, P neu, 5,30 Euro, minus dem alten Preis, P alt, 5 Euro, durch, weil prozentual P alt, durch 5 Euro, ja, 30 Cent durch 5 Euro, das ist die prozentuale Änderung. Gut, diese Formel würden wir jetzt anwenden, also in einfach so einem Zahlenbeispiel, wo jetzt ein höherer Sprung ist bei der Elastizität, wie das eben hier für die Tabaksteuer vielleicht gewesen ist, 30 Prozent und dadurch eine so und so prozentige Erhöhung des Preises hat zu diesem Nachfragerückgang einer so und so prozentigen Rückgang der Nachfrage geführt. Und da wird jetzt was rauskommen und das wäre, die nachgefragte Menge ist prozentual stärker zurückgegangen, als der Preisanstieg prozentual war, dann würden wir sagen elastisch. Die nachgefragte Menge ist schwächer zurückgegangen, prozentual als der Preisanstieg prozentual war, dann würden wir sagen unelastisch. Ja, ja, okay, und die Politiker haben jetzt gesagt, ja, in der Argumentation, kann ich mich so lange reden lassen, das geht nicht, weil das hört man nicht, die Politiker haben jetzt gesagt in ihrer Argumentation, wenn wir, die haben einfach geschätzt, wir gehen hier von 5 auf 6 Euro, ja, dann wird hier oben die Reaktion sehr viel höher sein, ja, die nachgefragte Menge geht dramatisch zurück und aus dem Grunde machen wir es in mehreren kleinen Schritten, weil 20 Cent fällt nicht so auf. Ja, und das machen wir mehrmals hintereinander. Ob sie Recht gehabt haben, weiß man nicht, weil das Gegenbeispiel ist nicht erbracht worden, aber es ist schon wahrscheinlich irgendwas dran. Also Menschen, das ist auch, wenn Unternehmen ihre Preise setzen, ja, es gibt so ein paar Schwellen, da will man nicht drüber, ja, es gibt so ein paar Schwellen und dann bricht die Nachfrage ein, das muss nicht überall linear immer genau das Gleiche sein. Okay, es geht hier um alle Formeln der Elastizität, was können wir daraus machen? Vielleicht interessiert uns, wir wollen irgendwie dazu kommen, bei minimalen Preisänderungen, ja, wir machen aber alles aus diesem einfachen Merksatz, haben wir das hingeschrieben, ja, daraus können wir das hier machen, jetzt wollen wir vielleicht zu sowas kommen wie minimale Änderungen, also nehme ich mir das und schreibe das wieder um und überlege mir, was steht hier, Q neu minus Q alt. Ja, das war die Änderung der Menge, ausgehend, damit es prozentual ist, von der alten Menge. Also, sprich, wenn wir in einem Punkt das Ganze betrachten wollen, kann ich alt weglassen, ausgehend von dieser Menge, wo wir halt gerade sind, Q. Was ist das hier? Die Änderung des Preises, Delta P, ausgehend von dem alten Preis, also dem Preis, wo wir gerade sind, wenn wir einen Punkt betrachten wollen, also geteilt durch P. Und wenn ihr jetzt guckt, das hier ist ja wohl das Gleiche, wenn ich jetzt hier den Preis hochbringe, unterm Bruchstrich, unterm Bruchstrich ist überm Bruchstrich, dann haben wir die relativen Änderungen von Menge zu Preis und das P kommt hoch, das Q bleibt unterm Bruchstrich mal P durch Q. Und das ist unsere Formel für eine minimale Änderung. Und wenn ich das jetzt hier noch ein bisschen schöner schreiben will, also das hier sind die Änderungen von Menge relativ zu den Änderungen von Preisen. Um hier deutlich zu machen, dass ich vielleicht an den minimalen oder bei minimalen Preisänderungen an der Mengenänderung interessiert bin, schreibe ich das mal hier in Ableitung. Also dann wirklich nicht mehr als Differenzen, sondern als Differentialquotient und dann hätte ich die Elastizität ist dQ nach dP, also für minimale Änderungen des Preises und damit in einem Punkt beziehungsweise marginal. Das hier ist jetzt in Ableitung Differenzen, Differentialquotient, aber weiterhin mal P durch Q. Das ist die zweite wichtige Formel. Also wenn wir es wirklich in einem Punkt wissen wollen, dann nehme ich die hier und wenn wir es für zwei Punkte, die weiter voneinander wegliegen, wie in unserem Beispiel der Tabaksteuer wissen wollen, dann nehme ich diese hier oben. Aber wir haben beides aus unserem einfachen Merksatz hergeleitet, relative prozentualen Änderungen oder wenn das eine um ein Prozent, dann das andere um so und so viel Prozent, ja, relative prozentuale Änderungen und ich bitte euch, lernt niemals, niemals eine Formel auswendig, die man sich so einfach herleiten kann. Man muss das am Anfang dann, das dauert drei Minuten, mal irgendwie noch mal ein bisschen durchdenken, ja, wie man denn von dem zu dem, also aus unserem einzelnen Merksatz, zu dem, relative prozentuale Änderungen, zu dem und dann schließlich zu dem hier kommt. Aber wenn man das fünfmal gemacht hat, dann kann man es in zehn Sekunden, man kann das sein Leben lang und man kann vor allem nichts mehr falsch machen. Wer Formeln ausländisch lernt, es ist unglaublich anstrengend, aber er wird auch sehr viel falsch machen und ihr könnt es später nicht mehr. Also soll was immer zur Übung noch mal durchgehen, wie war noch mal die Formel zur Elastizität, wenn ihr sie irgendwann bei der Übungsaufgabe braucht, dann leitet ihr euch das hier selbst her, aus dieser einfachen Logik, wenn das eine um ein Prozent, wie viel das andere Prozent, relative prozentuale Änderungen. Was ist eine prozentuale Änderung? Alte minus neue Menge relativ zur alten Menge. Das gleiche für den Preis. Das kann ich wieder umschreiben. Dann kommt Preis und Menge hier hoch und dann haben wir eben hier unsere Formel für minimale Änderungen des Preises. Wenn wir uns die Formel angucken, es geht meistens darum, was heißt meistens, es geht ja entlang einer Nachfragekurve, die Ökonomen vertauschen hier die Achsen, also obwohl die Menge abhängig sein sollte vom Preis, schreiben Sie den Preis auf die Y-Achse, lasst euch davon nicht stören, und zeichnen hier so eine Nachfragekurve und dann wäre die Elastizität entlang oder an irgendeinem Punkt dieser Nachfragekurve, wäre ja, so wie unsere Formel das hier sagt, ist gleich dq nach dp mal p durch q. Was ist dieses dq nach dp? Das ist die Ableitung und damit die Steigung der Nachfragekurve und die ändert sich ja gar nicht entlang einer linearen Nachfragekurve. Also hier die Pro-Preisänderung, wenn ich hier mit dem Preis hochgehe, ist immer die gleiche Mengenänderung. Pro-Preisänderung immer die gleiche Mengenänderung. Die Elastizität ändert sich aber entlang der linearen Nachfragekurve. Womit hat das zu tun? Da steht irgendwie zusätzlich noch Preis mal Menge. Wo kommt es her? Elastizität ist nicht einfach nur die relativen Änderungen, wenn der Preis um einen Euro steigt, um wie viele Einheiten geht die nachgefragte Menge zurück? Das wäre ja immer das Gleiche. Die Elastizität ist ein viel besseres Maß, um eine, für eine so und so starke Preisänderung, gibt es eine so und so starke Mengenänderung und um das hier, durch diese Einheiten loszuwerden, haben wir gesagt, es ist eine prozentuale Preisänderung. Zu wie viel prozentualer Mengenänderung führt die? Wie viel mal stärker ist die Änderung der Menge auf eine Änderung des Preises? Weil wir dieses prozentuale haben, haben wir hier nicht nur die Änderungen, sondern ausgehend vom alten Preis, ausgehend von der alten Menge, ausgehend von der alten Menge, alter Preis, alte Menge, das führt sich hier fort, ausgehend von der alten Menge, ausgehend vom alten Preis und dann eben hier in unserer Punktformel, also wie hoch ist die Elastizität? nicht nur die Änderung von Preis und Menge, nicht nur die Änderung von Preis und Menge, sondern für einen bestimmten Preis, P, und für eine bestimmte Menge, Q. Ja? Denn es geht um die relativen prozentualen Änderungen. Ist die Elastizität in diesem Punkt eher hoch oder eher niedrig? Preis ist eher hoch, Menge ist eher niedrig, also eher hoch. Warum eigentlich? Und damit kommen wir zum nächsten und das heißt Elastizität entlang einer linearen Nachfragekurve und das heißt Elastizität